Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 15-30 Lesen wir heute den Ausgang der abenteuerlichen Reise des Apostels Paulus in Apostelgeschichte, Kapitel 28, die Verse 15-30 aus der Guten-Nachricht-Bibel und damit kommen wir zum Schluss der Apostelgeschichte. Hier endet dann der Bericht über Paulus und die anderen Apostel, was sie nach Jesu Tod auf dieser Welt getan haben. Also ich lese jetzt aus der Guten-Nachricht-Bibel, Apostelgeschichte, Kapitel 28, von Vers 15 an. Da heißt es, dann kamen wir nach Rom. Die Christen dort hatten von unserer Ankunft im Puteoli gehört und kamen uns bis Trestabernae, drei Tavernen entgegen, einige sogar bis Forum Apii. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und wurde voller Zuversicht. In Rom bekam Paulus die Erlaubnis, sich eine Privatunterkunft zu suchen. Er hatte nur einen Soldaten als Wache. Nach drei Tagen lud er die führenden Juden der Stadt ein. Als sie alle versammelt waren, sagte er, liebe Brüder, obwohl ich nichts gegen unser Volk oder das Gesetz unserer Vorfahren getan habe, wurde ich in Jerusalem festgenommen und an die Römer ausgeliefert. Die Römer haben mich verhört und wollten mich freilassen, weil sie keinen Grund fanden, mich zum Tode zu verurteilen. Doch weil die Juden dagegen protestierten, blieb mir nur der Ausweg, an den Kaiser zu appellieren. Ich hatte dabei aber nicht die Absicht, mein Volk anzuklagen. Das wollte ich euch sagen und darum habe ich euch hergebeten. Ich bin gefangen, weil ich das verkündige, worauf ganz Israel hofft. Sie antworteten ihm, uns hat niemand aus Judäa über dich geschrieben. Es ist doch kein Bruder gekommen, der uns offiziell oder privat etwas Belastendes über dich mitgeteilt hätte. Wir würden aber gern deine Ansichten hören, denn wir haben erfahren, dass die Glaubensrichtung, zu der du gehörst, überall auf Widerspruch stößt. So verabredeten sie sich für ein andermal. Am festgesetzten Tag kamen noch mehr von ihnen zu Paulus in seine Unterkunft. Er erklärte und bezeugte ihnen, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er wies sie auf die Ankündigungen im Gesetz Moses und in den Schriften der Propheten hin, um sie für Jesus zu gewinnen. Den ganzen Tag über, vom Morgen bis zum Abend. Die einen ließen sich von seinen Worten überzeugen, die anderen schenkten ihm keinen Glauben. Sie konnten sich darüber nicht einig werden und so gingen sie weg. Paulus sagte noch zu ihnen, Ich sehe, es ist wahr, was der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vorfahren gesagt hat. Geht zu diesem Volk und sage, hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Denn dieses Volk ist im Innersten verstockt. Sie halten sich die Ohren zu und schließen die Augen, damit sie nur ja nicht sehen, hören und begreifen, sagt Gott. Sonst würden sie zu mir umkehren und ich könnte sie heilen. Paulus fügte noch hinzu, Ich muss euch sagen, Gott hat dieses Heil jetzt den anderen Völkern angeboten und die werden hören. Volle zwei Jahre lang blieb Paulus in seiner Mietwohnung und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchen wollten. Ihnen allen verkündete er, wie Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn, frei und offen und völlig ungehindert. Damit hört die Apostelgeschichte auf und wir kommen auch zum Schluss unserer Reihe über das Leben und Wirken der Apostel. Es soll noch immer Leute geben, die Adolf Hitler für unschuldig halten, die nicht glauben, was alles über seine Verbrechen gesagt wird. Es soll auch Leute geben, die nicht glauben, dass es in Südamerika auch Hochhäuser und Autos gibt. Sie meinen hier sei alles Urwald und man muss aufpassen, nicht von wilden Tieren zerrissen zu werden. Und kürzlich noch bestätigte mir jemand, dass er Bekannte habe, die nicht daran glauben, dass es den Menschen gelungen sei, in Raumfahrzeugen zum Mond zu fliegen und dort zu landen. Sie glauben das nicht. Sie halten es für eine dicke Zeitungsente. Alle Erklärungen und Redekunst, alle Fotos und Beweise können sie nicht überzeugen. Überhaupt habe ich gemerkt, dass es sehr schwer ist, Menschen von etwas zu überzeugen, auch in ganz einfachen Dingen. Die meisten haben so ihre fest geprägten Meinungen und Ansichten, sie haben so ihre Gewohnheiten und Routine. Sie haben bestimmte Erfahrungen und Urteile, von denen sie nur sehr schwer abzubringen sind. Manchmal ist es ein sehr langer Prozess, bis die Leute merken, dass es auch noch etwas anderes gibt als ihre Meinung und Überzeugung. Es dauert sehr lange, bis sie sich überzeugen lassen. Es erfordert viel gutes Zureden, viele Beweise, viel Erklärungen und Beispiele, bis der Mensch anfängt, sich für die Möglichkeit zu öffnen, dass es auch noch andere gute Gedanken oder Urteile oder Geräte oder was immer gibt. Aber manchmal lassen sich die Leute auch überhaupt nicht überzeugen. Sie sterben mit ihren alten Ansichten und Gewohnheiten und erst nachfolgende Generationen sind langsam bereit, sich zu ändern, sich belehren zu lassen. Es ist wohl verhältnismäßig leicht, jemanden in seinen Ansichten zu bestärken und zu festigen, aber es ist sehr schwer, jemanden von etwas Neuem zu überzeugen. Besonders, wenn dieses Überzeugen zu Konsequenzen und einschneidenden Veränderungen im Leben führt oder wenn man mit der neuen Meinung ziemlich allein dasteht. Es ist leicht zu glauben, was alle glauben, sich der Meinung der Masse anzupassen und da mitzuschwimmen. Aber Überzeugungen zu haben, die auch im Sturm der Prüfungen standhalten, das ist eher selten. Manche hören sich neue Gedanken und Ideen gar nicht erst an. Das ist ihnen unheimlich, da fühlen sie sich unsicher. Andere sind zu uninteressiert. Oder sie wollen sich nicht festlegen. Sie halten sich aus der Sache heraus. Sie wollen sich nicht überzeugen lassen. Die meisten Menschen lassen sich nicht gern von etwas Neuem überzeugen. Das musste auch Paulus erfahren, als er in Rom war. In Rom, der Hauptstadt der damaligen Welt, war seine abenteuerliche Seereise zu einem Ende gekommen. Hier sollte er nun, wegen seines Glaubens und wegen seiner missionarischen Tätigkeit, dem Kaiser Rechenschaft ablegen. Sein Fall war für den Kaiser ja eine Bagatelle und er würde sich nicht beeilen, diesen Paulus anzuhören. So geht die Sache in Rom für Paulus ziemlich ruhig an. Erfreulich ist, dass der Apostel von Christen begrüßt und empfangen wird. Es sind Christen, die Jesus nicht durch das Zeugnis des Paulus empfangen haben. Vielleicht haben andere unbedeutende Missionare hier von Jesus gezeugt, Reisende, Geschäftsleute. Vielleicht sind einige dieser Römer in Israel gewesen und haben dort das Evangelium gehört oder in anderen Städten. Oder sie waren dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Soldaten, Hauptleute, die nun wieder zu Hause in Rom waren. Aber die Erlebnisse mit Jesus nicht vergessen konnten. Paulus hatte dieser Gemeinde schon einmal einen Brief geschrieben und sich vorgestellt. Nun wird er freudig und herzlich aufgenommen. Ja, ein Christ hat in der ganzen Welt Brüder und Schwestern, bei denen er zu Hause sein kann. Paulus freut sich also, von Christen in Rom empfangen zu werden. Und dann sehen wir bei Paulus wieder eine typische Reaktion. Kaum ist er irgendwo neu, so besucht er die Synagoge, wo die Juden sich versammeln. Oder er ruft die Juden zusammen, wie hier in Rom. Er fühlt die Verbundenheit mit seinen Landsleuten und den Auftrag, am auserwählten Volk Gottes, ihnen zuerst die Heilsbotschaft zu verkündigen. Eigentlich gibt Paulus den Einflussreichen unter den Juden in Rom eine Erklärung ab, warum er hier ist und was er glaubt. Man ist interessiert an dem Thema und möchte mehr darüber erfahren. Und an einem bestimmten Termin treffen sich noch mehr Juden aus der Stadt Rom, um Paulus über seinen Glauben und die neue Lehre anzuhören. Diese Versammlung endet mit der Feststellung des Chronisten, einige ließen sich auch überzeugen, andere wollten ihm nicht glauben. Die Juden in Rom wollten sich nicht davon überzeugen lassen, dass Jesus der Sohn Gottes war und der Erlöser der Welt ist. Die gleiche Situation haben wir auch heute noch. Viele Menschen wollen sich nicht davon überzeugen lassen, dass Jesus der Sohn Gottes und Retter der Welt ist. Sie lehnen das ab, sie lachen darüber, sie glauben es nicht, sie hören noch nicht einmal zu. Warum wollen die Menschen sich nicht von Jesus Christus überzeugen lassen? Es gibt sicher einige Gründe dafür und hier möchte ich nur ein paar davon nennen. Erstens, weil man angeblich nichts mit diesen Fundamentalisten zu tun haben will. Wer überzeugt von Jesus Christus spricht, der ist bei den meisten als Fanatiker angesehen. Dabei darf man über Ereignisse beim Sport ruhig sehr eifrig werden, auch über politische Fragen darf man sich erhitzen. Und wenn es um Geld oder wirtschaftliche Probleme geht, dann sind da auch immer viele eifrige Ratgeber. Aber über Religion oder gar Jesus Christus und die Bibel, da darf man bloß nicht eifrig werden. Dann wird das gleich als gefährlicher Fanatismus oder Fundamentalismus angesehen. Tier- und Umweltschützer dürfen ganz eifrig versuchen, andere von ihren Ansichten zu überzeugen und zu konkreten, manchmal gesetzeswidrigen Handlungen aufzurufen. Aber wer jemand möchte einen anderen davon überzeugen, dass Jesus Christus der Herr der Welt ist und dass wir ihm folgen und gehorchen müssen? Gegen solche Schwärmer und Fanatiker möchte man am liebsten rechtlich vorgehen. Ich möchte dich herzlich bitten, nicht so zu reagieren, sondern dir vielmehr die Leute ruhig anzuhören, die von Jesus sprechen. Lass dich von ihnen belehren und fasse es nicht als Fanatismus und Rechthaberei auf, wenn jemand gerne und freudig von seinem Glauben an Jesus spricht. Ein zweiter Grund könnte sein, weil man nicht nachgeben will. Es gibt ja immer wieder Leute, die sind dagegen, weil sie dagegen sind. Sie haben eigentlich keine Gründe, sie haben noch nicht einmal selbst einen Standpunkt. Aber sie wollen nicht nachgeben, sie wollen nicht weich werden, sie wollen sich nicht überreden lassen. Aus Prinzip. Sie finden, es ist männlich und zeugt von Charakter, wenn man sich nichts aufschwatzen lässt. Wie töricht ist solch eine Haltung. Es geht beim Glauben an Jesus doch nicht um Beschwatzen und Überreden. Es geht um eine wichtige Botschaft Gottes. Gott hat einen Anspruch an uns und er darf erwarten, dass wir einmal zuhören, was er uns zu sagen hat. Es geht auch um unsere Sünden, um die Beleidigungen, die wir Gott zugefügt haben und es geht um eine ewige Verdammnis, um ein furchtbares Schicksal für uns, dem wir entrinnen sollen. Das geht uns alle an. Darauf sollten wir hören. Warum lassen sich manche Menschen nicht gerne von Jesus Christus überzeugen und hören noch nicht einmal zu, wenn von ihm gesprochen wird? Nun, einige haben Angst vor Fanatismus oder vor Fundamentalismus, wenn jemand von Jesus spricht, und lehnen es deshalb gleich ab. Andere lehnen Jesus ab, weil sie nicht nachgeben wollen. Sie wollen ihre Meinung nicht in Frage stellen lassen und wollen einfach nicht weich werden. Bei anderen ist es wieder, dass sie sich nicht gerne überzeugen lassen, weil es irgendwie demütigend ist. Sollte es wirklich etwas geben, was sie nicht wissen, meinen sie? Sollte da jemand sein, der mich über etwas belehren kann? Niemals! Ich bin doch viel älter als der, der da von einem Jesus spricht. Ich habe schon viel mehr gesehen als er. Ich kenne das Leben. Außerdem habe ich diese Dinge auch schon studiert und auch ganz andere. Ich habe schon etwas geleistet und ich bin auch ein anständiger Mensch. Was sollte es noch geben, das ich nicht weiß und das ich lernen sollte? Das ist die Haltung und Einstellung mancher Leute. Sie fangen noch nicht einmal an, über Jesus und seine Ansprüche nachzudenken. Sie hören nicht einmal zu. Ich hoffe, du bist nicht einer von diesen Leuten, die vor lauter Stolz und Selbstüberschätzung noch nicht einmal offen und ehrlich auf die Bibel und die Botschaft Gottes gehört haben. Aber die Juden in Rom waren stolz und lehnten die Belehrung des Paulus einfach ab und viele, viele Staatsbürger im christlichen Abendland sind heute auch so ablehnend. Sie zeigen sich klug und stolz und sind in Wirklichkeit dumm und unwissend und wollen es sich nur nicht anmerken lassen. Vor Gott hilft ihnen das jedoch wenig. Im Gegenteil, sie verschließen sich damit selber die Tür zum ewigen Leben. Ein weiterer Grund, weshalb Leute sich nicht gern von Jesus überreden lassen, ist, weil sich dann etwas in ihrem Leben ändern muss. Vor Änderungen fürchten wir uns alle. Wenn einer uns sagt, dass wir uns ändern sollen, dann empfinden wir das zuerst als einen persönlichen Angriff. Was gehen denen meine Gewohnheiten und Ansichten an? Der soll mal lieber vor seiner eigenen Haustür kehren. So reagieren wir dann, wenn man uns auf unsere Sünden aufmerksam gemacht hat. Manche Leute wollen ihre Lieblingssünden einfach nicht aufgeben. Sie wollen ihre eigenen Ansichten, worin sie sich schon ganz zu Hause fühlen, nicht in Frage stellen lassen. Sie wollen nicht etwa ihren Lebensstil ändern, vielleicht in der Bibel lesen, zu den Gottesdiensten gehen, von Jesus reden. Nein, nein, das wäre eine zu große Veränderung. Wer könnte das ertragen? Aber wenn wir von Jesus reden, so können wir nicht verschweigen, dass bei den Menschen eine Veränderung nötig wird. Keiner hat doch nach Gottes Willen gelebt. Alle sind sie ihren eigenen Weg gegangen und haben ihr eigenes Vergnügen gesucht. Wer auf einmal Jesus nachfolgen will, der muss sich ändern. Ohne das geht es nicht. Wir brauchen es noch nicht einmal zu sagen. Die meisten wissen doch schon, wenn wir von Jesus reden und davon, dass man ihn in sein Herz und Leben aufnehmen muss, dann bedeutet das für sie eine radikale Veränderung in ihrem ganzen Leben. Deshalb wollen sich viele nicht von Jesus überzeugen lassen. Deshalb glauben sie lieber nicht an ihn. Oder sie sagen, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht verstehen. Ich finde es bezeichnend, dass es heißt, einige ließen sich überzeugen. Ob man sich überzeugen lässt oder nicht, liegt nicht so sehr an den Argumenten, die man hört. Nicht am eigenen Wissen oder den Erfahrungen. Ob man sich überzeugen lässt, liegt daran, ob man will. Man muss es zulassen. Auch du musst es einmal zulassen, dass die Bibel, das Gottesgeist, dich von der Wahrheit und dem Anspruch Jesu überzeugen. Dann wirst du sehen, es ist gar nicht schwer, überzeugt zu werden. Du musst nur den Widerstand gegen Jesus einmal aufgeben. Und dann wird das Glauben ganz leicht. Es kommt von selber. Auch die Überzeugungen braucht man dann nicht mehr zu erlernen, zu üben. Sie sind einfach da. Lass dich überzeugen von Jesus. Es ist in deiner Hand. Wir beten. Herr Jesus, du bist die Wahrheit. Hilf, dass sich keiner vor dir verschließt. Wir verstehen, dass in einem ungläubigen, gottlosen Menschen viele Rückhalte und Befürchtungen sind, an dich zu glauben und dir zu vertrauen. Aber wer sich überzeugen lassen will, der wird leicht die Wahrheit erkennen. Wir danken dir für deine Geduld und Liebe, mit der du auf jeden Einzelnen wartest. Amen. Amen.